Die Apotheker würden die gerne für 10 Euro veräußern. Da muss ich sagen, die Dollarzeichen kann man sich gleich abschminken. Ich finde, das muss eine Sache sein für alle. Ich glaube, dass die Zeit jetzt reif ist, das in der Öffentlichkeit zu diskutieren. Was ich nicht möchte, ist, dass sich Eigentests diejenigen, die es sich leisten können, nur angeboten wird, sondern es muss flächendeckend. Und außerdem ist das natürlich bei der Pandemiebekämpfung ein wichtiges Anliegen, möglichst flächendeckend. Sonst macht es keinen Sinn. Und das dann auf Coupon-Ebene wie bei den FFP2-Masken zu machen, halte ich für ein gutes Vorgehen. Und das auch für eine gewisse Zeit, damit wir einfach die Möglichkeit haben, Und das auch für eine gewisse Zeit, damit wir einfach die Möglichkeit haben,